Ja, ein CDU-Mitglied, eine junge Frau, entdeckt ihre Kapitalismuskritik. Ja, hört, hört. Plötzlich, sie spricht, oder da fällt das Wort, Zeitalter der Einsamkeit. Natürlich, wir leben im Zeitalter der Einsamkeit, denn der Kapitalismus, der bösartige Raubtierkapitalismus muss den einsamen, konsumsüchtigen, kaufsüchtigen Single erzeugen als Geschäftsgrundlage. Und das ist ja gerade das, was der CDU mangelt, das Verständnis, dass die soziale Marktwirtschaft identisch ist mit dem bösartigen Raubtierkapitalismus und dass der selbstverständlich die Volkskrankheiten, Depressionen und Volkskrankheiten der Einsamkeitserkrankung produzieren muss. Das ist zwangsläufig, geht nicht anders. Das ist ein Systemfehler. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Systemfehler, ein einziger Systemfehler. Ja, und dann wurde auch erwähnt, Manfred Spitzer, Todesursache, Einsamkeit. Ja, natürlich steckt die Einsamkeit als Todesursache. Wenn sich jemand tot säuft, dann steckt dahinter die Todesursache Einsamkeit. Denn warum säuft er? Wegen Einsamkeitsdepressionen, um die abzuwehren, säuft er. Oder wenn jemand viel raucht, warum raucht er so viel? Ja, weil er sich damit ablenkt von seiner inneren Depression, Einsamkeit. Und so sind alle, am Ende laufen alle Todesursachen auf den Kapitalismus zurück. Der bösartige Raubtierkapitalismus erzeugt Volkskrankheit, Depression und Einsamkeit. Und diese erzeugen wieder alle möglichen Süchte und dann am Ende kommen da die Todesursachen raus. Die Essüchtigen sterben an was weiß ich, Herzinfarkt oder Krebs oder was auch immer. Aber die Ursache ist der Kapitalismus, der bösartige Raubtierkapitalismus. Ja, und dann in Japan zum Beispiel sollen auch sehr viele Selbstmorde, gerade jetzt bei Corona, weil da ja die Einsamkeit dann nochmal verstärkt wird. Und der Kapitalismus jetzt über die Pharmaindustrie und die Impfindustrie sozusagen nochmal die Einsamkeit verstärkt. Und dadurch natürlich auch viele Selbstmorde und natürlich auch Einsamkeit wirkt immunschwächend und selbstverständlich. Gibt es auch viele Kranke und Tote allein durch die, also quasi die Kollateralschäden der Maßnahmen, sozusagen. Ja, dann die Absurditäten und Irrtümer der Rechten und Kapitalismusfreunde. Das ist interessant, da war ich gestern in einer Talkrunde, vielleicht veröffentliche, äh, Lissmus, na, vielleicht, äh, ja, jetzt haben wir das Kapitalismusfreunde, jetzt steht das drin, jetzt ist der Tippfehler korrigiert, ging ja schnell. Ja, also, die Absurditäten und Irrtümer der Rechten und Kapitalismusfreunde wurden eben gestern deutlich in der Talkrunde, wo es auch darum ging, dass sozusagen ein paar, ja, linksverträumte Thesen auf etwas rechtsverträumte Thesen stießen, sozusagen. Und ich dann versuchte sozusagen die Realität reinzubringen, den Standpunkt der bodenständigen Linken, der nextscientistsforfuture.de. Und, ja, es sind so Dinge wie, ja, muss man sich erstmal klar machen, ich zeige das gerade mal hier, wo ist es, hier ist es schon mal, ja, also, wenn wir uns jetzt mal klar machen, wo kommen wir denn alle her? Ja, die Weltkarte, ja, das ist Afrika hier, Afrika, Südeuropa, Nordeuropa, all, wenn wir hier, Nordeuropa, ja, wir gehen bei einem strammen deutschen Rechten sozusagen, wir gehen zurück zu seiner Großmutter, zu seiner Urgroßmutter und dann wieder zu der Urgroßmutter, der Urgroßmutter und so weiter. Dann wandern die quasi immer mehr in diese Richtung, je weiter ich mit den Urgroßmuttern gehe, wandern die in diese Richtung und irgendwann ist die Urgroßmutter und der Urgroßvater ein Schwarzafrikaner. Ja, das heißt, wir sind Schwarzafrikaner, die ein klein wenig mutiert sind und uns an den Norden angepasst haben, ja, weil wir hier nicht ganz so krasse Sonneneinstrahlung zumindest hatten wie in Afrika, ja, und deswegen, die schwarze Farbe ist ja nichts anderes als ein Sonnenschutz, ne, und eine Sonnenschutzcreme könnte man sagen, ja, und Und die Absurditäten des Rechten sind, dass man da sozusagen quasi ein Feindbild hat seiner eigenen Urgroßmutter und damit seiner eigenen Blutlinie. Also vom Blut her, ja, von den Genen her ist jeder Rechte ein Schwarzafrikaner und hat in seiner Familie die Schande, dass seine Familie aus Schwarzafrika stammt. Das sind so diese Irrtümer und Denkfehler, die man mit Rechten besprechen muss, damit die verstehen, ja, hoppla, da habe ich ja ein völlig irriges Weltbild. Es gibt ja gar keine Trennung zwischen den Menschen. Alle, vor hunderttausend Jahren waren all diese Menschen auf all den Kontinenten, gab es gar nicht. Die waren alle hier in Afrika. Was es gab, waren Nachfahren, vielleicht einige Nachfahren von Homo Erectus, aber mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir sind Homo Sapiens und auf der Welt gibt es keinen Homo Erectus mehr, sondern nur noch Homo Sapiens. Und wir alle, von uns war vor hunderttausend Jahren niemand außerhalb Afrikas. Das heißt, wir sind alle Schwarzafrikaner vom Blut her, von der Familie her, von der Herkunft her. Und dann wird nämlich jede Form des Rassismus völlig absurd und lächerlich. Und wir als bodenständige Linke, wenn wir also diesen bösartigen Raubtierkapitalismus anwenden und unsere Kapitalismuskritik anwenden auf die geldgierigen Sozialsparten sozusagen und NGOs, dann kommen wir auch zu einer Kritik an Parallelgesellschaften. Ja, denn wer profitiert davon, dass jetzt zum Beispiel, wenn doch die Menschen teilangepasst sind, ja, also wir gehören alle zu einer Art, aber hier, die sind an die Sonneneinstrahlung Afrikas angepasst, die in Australien noch nicht. Warum? Warum sind die noch nicht angepasst? Weil die von hier zugewandert sind. Und Australien ist meines Wissens und Neuginea und so weiter. Das ganze Stichwort ist ja Strafkolonie der Engländer. Also die Kriminellen von England wurden nach Australien verbannt oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen sind die natürlich extrem hellhötig und haben dann auch Probleme mit der Sonne. Und so ist jeder Mensch auf seine Region auf der Erde teilangepasst. Und wenn wir alle diesen bösartigen Raubtierkapitalismus beenden, indem in Telefonkonferenzen und Online-Konferenzen die circa 20 Professoren des Weltrates und der Next Scientist for Future in einer Sekunde an jeden Winkel der Welt reisen und dort alle Staaten der Erde, dort in den Ministerien die Reformen anleiten, sozusagen die den Kapitalismus beenden, dann sozusagen, warum soll dann, dann haben wir keine Fluchtursachen mehr, wir haben nichts mehr, allen Ländern geht es gut und sie machen und dann werden alle Leute, die deplatziert sind, also sozusagen für jemanden, der hier teilangepasst ist auf Schwarzafrika, für den ist es nicht allzu gesund, hier zu leben. Oder für den, die Australier, eigentlich müssten die in solche Regionen abwandern, weil die kriegen immer gesundheitliche Probleme mit der vielen Sonne in Australien und so. Also eigentlich müssten die hier sich ausweiten dahin und man müsste Australien quasi an die Afrikaner übergeben und an die Südamerikaner, die südlichsten Südamerikaner sozusagen übergeben und die Australier müssten eigentlich in die nördlichen Bereiche zurückgehen, wo sie eigentlich herkommen, ja. Jetzt wollen die Engländer wahrscheinlich die Nachfahren ihrer ehemaligen Kriminellen nicht unbedingt zurück, na gut, da kann man ja drüber diskutieren. Und das heißt also, wo liegt ein Sinn darin, wenn jemand, der angepasst ist für hier, dort lebt. Was macht das für einen Sinn? Gar keinen. Das ist doch so, wenn alle Staaten der Erde gesunde Staaten sind und alle begleitet und betreut werden von den Next Scientists for Future und vom Weltrat, natürlich dann nicht mehr ganz kostenlos, weil unser Angebot lautet, einen Staat der Erde, ein Großunternehmen der Erde oder ein Großunternehmen der Erde total zu sanieren mit unserem Know-how sozusagen als Staatscoaching oder GUC als Großunternehmenscoaching. Und dann ist unsere Pflicht erfüllt, wenn wir dann weitermachen sollen und wenn dann uns USA zum Beispiel uns beauftragen will, dann muss man schauen, wie viele Millionen die dann überweisen müssen und dann sind wir in einer Sekunde bei ihnen als Online-Konferenz und führen bei denen in den Ministerien die Reformen durch und erzeugen den gleichen glückseligen Zustand wie im ersten Staat. Ja, und wie ist die Kritik an den sozusagen, wer profitiert, also als Kapitalismuskritiker, als Kritiker des bösartigen patriarchalen Graubtierkapitalismus, muss man natürlich fragen, welche kapitalistische Instanz und das können auch Behörden sein, das können Sozialsparten sein, das können Berufsstände sein, das sind alle Teile des kapitalistischen Systems. Also es ist nicht so, dass ein Arbeitsamt eine nicht kapitalistische Sache sei. Das ist eine erzkapitalistische Angelegenheit, weil jeder Arbeitsamtmitarbeiter ist ein Unternehmer seiner selbst, der ist ein Kapitalist seiner selbst und er versucht natürlich seine Karriere zu maximieren und wenn er dann einen, ich mache das mal optisch jetzt, wo haben wir das, ja, ich hoffe Sie können es sehen, also hier haben wir den Arbeitsamtmitarbeiter oder den Sozialspartler oder NGO-Mitarbeiter, der sagt, oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich anfange, um selbst Karriere zu machen, dass ich möglichst viele Arbeitslose erzeuge und den Leuten, die arbeitslos sind, möglichst wenig helfe und sozusagen möglichst viel tue, damit die Leute Dauerarbeitslose, Langzeitarbeitslose bleiben, weil ich dann Karriere machen kann. Denn was für eine Karriere könnte ich noch machen, wenn es heißt, Arbeitsamt, da geht keiner hin mehr, da ist keiner mehr, weil alle ein Arbeit sind. Die nextscientistsforfuture.de haben ja das Ziel, null Arbeitslosigkeit zum Beispiel, ja, null Obdachlosigkeit, null Arbeitslosigkeit, das ist ja das klare Arbeitsziel der Reformen der nextscientistsforfuture. So, das ist der gute Arbeitsamtmitarbeiter, der hat eine volle Bewusstheit über die Gefahr, dass er den antikooperativen Anteil entwickeln könnte, also gegen die Gesellschaft arbeiten könnte und er versucht, sich bewusst zu sein über diese Gefahr und hat noch keine vorteilbringenden Irrtümer entwickelt. Jetzt kommt aber in der Evolution nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommt es zwangsläufig zu einem Mitarbeiter des Arbeitsamts oder der Sozialsparten oder der NGOs, der sich irrt und der jetzt sagt, ach ja, nee, es ist schon in Ordnung, ich lasse die Arbeitslosen, mit denen rede ich kaum, die sollen einfach Bewerbungen schreiben und dann gut ist und so weiter. und außerdem sollten wir Mindestlöhne einführen und Tariflöhne und Gewerkschaften sollten stärker werden und so weiter. Und er merkt gar nicht, dass das alles vorteilbringende Irrtümer sind, die dazu führen, dass Massenarbeitslosigkeit erzeugt wird und er dann Karriere machen kann. Und er kann dann hier leiblich drei Enkel ernähren, vier Urenkel und so weiter, findet geistige Nachfolge, er kann dann lehren an den Universitäten hier und kann dann seine vorteilbringenden Irrtümer lehren, so wie die Sozialspartner, die Arbeitsamtmitarbeiter und die NGOs ihre vorteilbringenden Irrtümer überall lehren und die führen dann zum Elend in der Welt. Und jetzt, wenn so ein NGO-Mitarbeiter oder ein Sozialspartner, der sagt, nein, es ist total wertvoll für unsere Gesellschaft, wenn eben die Menschen hier von da nach da verlagert werden oder von da nach da oder da nach da, obwohl sie darauf genetisch gar nicht gut angepasst sind, teilangepasst sind und so weiter, und das ist wunderbar und das ist wertvoll und so weiter und alle Menschen sind gleich und alle Kinder sind Genies, es spielt auch keine Rolle, ob von da jemand kommt, der ein leistungsfähiges Gehirn hat oder ein weniger leistungsfähiges Gehirn, denn diese Unterschiede gibt es ja gar nicht. Die Kinder werden geboren und wenn sie geboren sind, sind sie alle gleich, nämlich alle gleichermaßen potenzielle Genies und es gibt da gar keine genetischen Unterschiede zwischen Menschen, die Evolution hat nie stattgefunden und, 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 ja. Alles solche vorteilbringenden Irrtümer und die, ist doch klar, wenn die von da nach da kommen und vielleicht auch noch sehr wenig leistungsfähige, ich sage in der Kürze immer kleine Gehirne haben, wenn die sehr kleine Gehirne haben und dann dahin kommen oder dahin kommen, ja. Das ist doch klar, dass die Anpassungsschwierigkeiten haben und dann ganz viel Betreuung durch Sozialspartler, Arbeitsamtmitarbeiter und NGOs brauchen und vor allem können dann die NGOs können sagen, hier, guck mal, sozusagen, allen geht es schlecht hier und so weiter und bitte spendet an uns NGOs, weil wir haben Probleme überall, ne. Und die NGOs sozusagen, ja, da ist es ein ganz bisschen anders als bei den Arbeitsamtmitarbeitern, ne. Wo ist es bei den Arbeitsamtmitarbeitern? Ja, also ein guter NGOler würde sagen, ein wahrheitsorientierter würde sagen, vorsichtig muss aufpassen, dass ich nicht nur um, dass ich nicht sozusagen in die Gefahr komme, dass mir das Spendensammeln wichtiger ist als die Lösung der Weltprobleme, weil ich eben ja mein Gehalt von den Spenden bekomme ja, nicht, dass ich zu jemandem werde, der zu einem moralischen Spendengeldererbettler wird und Erpresser wird, nur damit mein Eigen, damit ich selber mehr Geld verdienen kann und so weiter und ich muss vor allem aufpassen, dass ich nicht anfange, die Probleme in der Welt selber zu vergrößern, damit ich ein besseres Argument fürs Spenden erpressen habe, die Leute moralisch zurückzusetzen. Gucken Sie mal, das Elend ist noch größer geworden, jetzt müssen Sie doch spenden, ja. Das ist ein guter NGO-Mitarbeiter. Aber dann kommen irgendwann, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommen irgendwann Mitarbeiter von NGOs, die also glauben, ja, ja, wir sind alle schuld an dem Elend in der Welt und gucken Sie an, die Tiere in der Welt leiden, die Menschen in aller Welt leiden, hier, die Leute leiden doch alle, ach so, hier, die Leute leiden doch alle überall hier, da leiden sie und überall leiden sie, in Südamerika leiden sie und überall, da müssen wir, müssen Sie doch helfen, Sie müssen doch jetzt endlich was spenden und so weiter, ja. Und die dann, also diese vorteilbringenden Irrtümer entwickeln, dabei ist die Wahrheit, die Wahrheit wäre, also die Wahrheit im Gegensatz zu diesem vorteilbringenden Irrtum, ja, die Wahrheit wäre, wenn sich all diese Staaten von den NextScientistsForFuture.de beraten und betreuen lassen bei den Reformen, dann gibt es diese Weltprobleme bald nicht mehr, ja, weil all diese Weltprobleme werden von den NGOs vergrößert, damit das Spendenaufkommen mehr ist und damit dann hier die drei Enkelkinder, vier Urenkelkinder ernähren können und dann hier viele geistige Nachfolger finden mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und dann am Ende die NGOs auch an den Universitäten ihre Ideen verbreiten, ja, und so ist das alles eine Sache der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren des Geistes, wir alle werden durchmanipuliert und die NGOs erzeugen quasi überall auf der Welt Elend bei Tieren und mal Menschen und profitieren dadurch davon, dass sie da sagen, Leute, jetzt müsst ihr aber spenden, das Elend ist ja schon wieder größer geworden bei den Tieren und bei den Menschen und so weiter, überall wird das Elend immer größer und die merken gar nicht, dass sie mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, dass sie selbst oft dieses Elend selber vergrößern und vermehren und erhalten, weil sie ein Kapital, jetzt kommen wir wieder zurück zum Kapitalismus, weil das ein kapitalistisches Geschäftsmodell ist. NGOs sind ein erzkapitalistisches, raubtierkapitalistisches Geschäftsmodell, basierend auf der moralischen Erpressung zu spenden. Also das ist, eigentlich ist es aktive, erpresserische Bettelei, Bettelei sozusagen. Das hat den gleichen Charakter wie die Bettelei, wie das aggressive Betteln, dem sie auf der Straße begegnen können. Ja, und ich sehe dann immer diese NGOs bei uns hier in Köln und die dann eben das aggressive Betteln praktizieren und das als NGOs ungestraft tun dürfen. Leider. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir unbedingt jede Form der Bettelei strafrechtlich strengstens bewähren müssen und also ganz streng untersagen müssen. Jede NGO-Bettelei genauso wie jede sonstige aggressive Bettelei. Wir sind das Land mit dem großzügigsten Sozialstaat der Erde und wir müssen es nicht noch zulassen, dass die, und jeder kann ja an den Staat spenden, also die NGO-Leute, die da die Welt retten wollen, die sollen dann einfach an den Staat ihre Gelder spenden und schenken und sagen, bitte helfen Sie damit den Menschen und Tieren in aller Welt. Ja, und das kann ja der Staat dann tun, wenn die Leute das zweckgebunden dafür geben. Aber dieses andere Menschen moralisch erpressen und zu spenden, moralisch manipulieren durch diese parasitären Meme, Killer-Viren des Geistes, diese Massenmanipulation, das sollte man verbieten. Das ist diesen Teil, dieses bösartigen Raubtierkapitalismus, sollte man verbieten. Und unsere Reformen sorgen eben auch dafür, dass sowohl die Arbeitsamtmitarbeiter, ja, also was heißt unsere Reformen? Wir setzen starke, also wir verwenden Messgrößen und Steuerungselemente, rechnen aus diesen Daten, wie Wohlfühlstimmen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner und so weiter, wir ermessen überall, überall berechnen wir auf dieser Grundlage die Menge der positiven Anreize, zum Beispiel der Verdienstzuschüsse an die Arbeitsamtmitarbeiter, an die Sozialspartler, hier an die Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialspartler und wir nehmen denen quasi die Beute weg. Beute gibt es in Zukunft nur noch, wenn es weniger Arbeitslose gibt, weniger Sozialfälle gibt, weniger Parallelgesellschaften, weniger Migration, sondern eher Rückmigration und so weiter. Und dann gibt es am meisten Geld, wenn die Menschen wieder so leben, wie es ihr Naturzustand ist. Wir sind alle teilangepasst auf bestimmte Regionen, alle Menschen sollten sich wieder dorthin bewegen, wo sie herkamen und wo sie gut teilangepasst waren. Ja, also wer sich im Moment von hier nach da migriert ist oder durch, ja, auch durch die Sklaverei, ein grausames Element, das bösartigen Raubtierkapitalismus der letzten 400.000 Jahre. Ja, viele machen da den Fehler, Professor Hans-Werner Sinn hat das mal schön korrigiert, viele machen den Fehler, da einen großen Unterschied zu machen zwischen Kapitalismus heute und früheren Gesellschaftsformen früher und so weiter. Nee, das ist alles viel zu kompliziert. In Wirklichkeit ist das alles das gleiche System. Der bösartige Raubtierkapitalismus begann vor 400.000 Jahren mit der Erfindung seiner Kernelemente. Die Kernelemente des bösartigen Raubtierkapitalismus sind die Erfindungen des Tauschhandels, des Marktes und der Arbeitsteilung. Und wenn Sie mal unsere kapitalistische Gesellschaft heute anschauen, die Raubtierkapitalistische Gesellschaft, dann haben Sie in jeder Behörde haben Sie Arbeitsteilung, Sie haben überall gewisse Märkte, weil alle machen mehr oder weniger Karriere, also gibt es immer Jobmärkte sozusagen auch innerhalb jeder Behörde. Also das ist alles erzkapitalistisch. NGOs, da geht es um Spenden, Gelder und Gehaltszahlungen. Das sind also alles erzkapitalistische Ereignisse. Und bei den Sozialsparten geht es um Gehälter und Karrieremöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Das sind also alles erzkapitalistische Systeme, die alle die gleiche Struktur haben. Wenn ein Ernährungsunternehmen sozusagen will maximal Geld machen durch Verkaufen von möglichst billig hergestellten Ernährungsmüll sozusagen. Und genauso will jeder Sozialspartler und jeder NGO-Mitarbeiter und jeder sozusagen Arbeitsamtmitarbeiter am meisten Karriere machen über den Weg, dass es möglichst viele arbeitslose Sozialfälle, Parallelgesellschaftler, Migranten, Asylanten und Ähnliches gibt. Dabei kann man doch Asylanten sehr gut schützen, indem man Asylanlagen direkt neben der Grenze der Krisenstaaten macht und dann heißt es rein in die Asylanlage und dann wieder nach Hause in den Staat. Und wenn das alle Staaten der Welt machen, dann haben wir keine künstliche, sinnlose Migration mehr, denn, wie gesagt, was bringt das Ganze? Was soll der Nutzen sein, außer für Sozialspartler, NGOs und Arbeitsamtmitarbeiter? Für wen soll das für Nutzen sein, wenn ich künstlich Menschen, die auf hier diese Situation angepasst sind, dahin verlagere? Was soll das bringen? An Glück, an Gesundheit, an Vitalität, denn ich setze Menschen genauso, wie es total schädlich war. Bei den Kriminellen war das vielleicht sogar erwünscht, dass die dann in der australischen Sonne wünscht sind, aber dass das englische, britische Empire sozusagen seine Kriminellen da in die südliche Sonne verlagert hat, da kann man sagen, das war dann die angemessene Strafe, dass die dann alle ständig unter Sonnenbrand zu leiden hatten oder so. Also das war eine Art Folterstrafe, aber welchen Sinn macht es jetzt die hier auf den Süden angepassten? Denn die sind ja nicht richtig angepasst hier. Die wirklich für den Süden angepassten von hier oder von Südamerika, also Südamerika müsste man eigentlich bis hierhin zeichnen sozusagen, wenn man die wirklich auf den Süden angepasst hat, wenn wir jetzt die künstlich alle hier in den Norden Asiens verlagern würden, wo ist da der Sinn und das Gute daran? Es ist doch viel besser, wenn man mithilfe der Next Scientists for Future jedes Gebiet der Erde zu einem glücklichen, gesunden Land machen und allen die Empfehlung geben, wieder zurückzuwandern, dorthin, wo man die Teilanpassung hat. Weil man dort auch die größte Chance hat, ein erfüllendes, glückliches Liebesleben zu finden, weil nämlich dann diese kleinen Teilanpassungen sind natürlich, das ist natürlich im Gehengut, ist es natürlich auch verankert, dass die größten sexuellen Befriedigungen hier, jemand in der Mongolei oder in Sibirien, der wird wahrscheinlich die größten, stärksten sexuellen Orgasmen mit Menschen aus der Mongolei oder Sibiriens erleben können. Und genauso wird natürlich wahrscheinlich die stärksten Orgasmen jemand aus dem südlichen Teilen Schwarzafrikas mit einer anderen Person aus Afrika hat. Und dann gibt es noch eine Absurdität der Rechten sozusagen, denn sozusagen genetische Befruchtung tut immer gut. Also eine jetzt unbedingt zu sagen, wir wollen gar keine Migration, ist auch wieder nicht so sinnvoll. Denn überall in der Natur tut es den Arten ganz gut oder überhaupt Lebewesen ganz gut, wenn man ein paar frische Gene reinkommt. Also die hübsche schwarzafrikanische junge Frau, die quasi in Deutschland einen gut bezahlten Job bekommt und ihre Kinder mit einem mit einem schon länger dort lebenden Deutschen bekommt. Das ist eine gute genetische Vermischung. Da kriegen wir ein paar interessante neue Gene. Das kann eigentlich nur positiv sein. Also irgendwelche Ideen von Reinrassigkeit sind also eigentlich völlig unsinnig, denn wir sehen das doch, wie die Hunde oft darunter leiden unter dieser Reinrassigkeit, wie sie kränklich werden, wenn man sie also quasi im Sinne der Reinrassigkeit sozusagen bewegt. Nein, am vitalsten sind immer die, wo es immer wieder neue Gene reinkommen und mal ein paar frische Gene und so weiter. Also ein bisschen Migration ist sicherlich sinnvoll auch für uns, dass wir immer wieder ein paar frische Gene kommen. Also sind wir in diesem Sinne für Multikulti, aber nicht im Sinne von maßenhaften Parallelgesellschaften und Parallelwelten und so weiter. Da kann ich keinen Nutzen erkennen, außer für Sozialspatler, für die erzkapitalistischen Interessen der NGOs, der Sozialspatler und der Arbeitsamtmitarbeiter und ihre kapitalistisch-egoistischen Karriereinteressen sozusagen und Karrierechancen. Ja, also von daher sozusagen wir haben alles abgehandelt. Zeitalter der Einsamkeit, die Absurditäten und Irrtümer der Rechten und Kapitalismusfreunde. Ja, ich hoffe, dass wir die Sendungen veröffentlichen können, wo ich teilgenommen habe. Es war natürlich nur eine lockere Plauderrunde, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant mal zu sehen, wie wir als Kritiker des bösartigen Raubtierkapitalismus mit Kapitalismusfreunden reden und mit Rechtssympathisanten sozusagen, wie wir versuchen, deren Irrtümer aufzudecken. Denn der Satz gilt, wir müssen bei den Rechten, wir werden dieses Problem des Rechten nicht los, indem wir immer nur sagen, mit denen reden wir nicht. Wir müssen sie stellen und widerlegen und müssen die wissenschaftlichen Argumente formulieren und müssen auch bereit sein, zuzugeben, dass auch ein Kapitalismuskritiker keinen Sinn in gewaltigen Parallelgesellschaften und in einer übertriebenen Multikulti-Gesellschaft sozusagen sehen kann. Am Ende hilft das auch natürlich dem Ziel, das Zeitalter der Einsamkeit zu erzeugen, was ja das Endziel des Kapitalismus ist, weil einsame Menschen einfach mehr konsumieren und mehr medizinische Behandlungen konsumieren, mehr Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten konsumieren und so weiter. Also insofern kann ich sagen, die Multikulti-Gesellschaft und die Parallelgesellschaften, das ist alles ein Zwischenziel des bösartigen Raubtierkapitalismus auf dem Weg zum endgültigen Zeitalter der Einsamkeit. Weil wenn in der Gesellschaft nur noch Parallelgesellschaften existieren, die aneinander vorbeileben, dann ist die Einsamkeit einfach nochmal gesteigert. Und ja, und das ist die Grundlage des Geschäftsmodells Kapitalismus. Ja, das war's für jetzt. Tschüssi, bis bald. Mal sehen Sie, bis bald. Bis bald. ,